Es liegt nun keine Wortmeldung mehr vor, damit schließe ich die Debatte. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Mir liegt jetzt noch kein fertiges Abstimmungskokie vor, weil der Abänderungsantrag relativ spät eingebracht wurde und die Parlamentsdirektion noch nicht mit dem Kokie auch fertig ist. Ich werde mal kurz nachfragen, wie lange es dauert. Das Kokie dauert noch 5 bis 10 Minuten. Wir können die Abstimmung nach den Tagesordnungspunkten 5 bis 6... Nein, ich verlege die Abstimmung auf den Abstimmungsblock nach Top 5 und 6. Damit werden die Abstimmungen verlegt. Vielen Dank. Vielen Dank.